Musik Hey ho Leute und herzlich willkommen zu Ja es gibt mal wieder Survival Games Und zwar spiele ich die Fire Games 2 Ähm Ne neue Map auf Hive Sag ich jetzt einfach mal so Und ich guck mal Dass ich das Bestmöglichste rausholen kann Und so Und ja äh Ja ähm Ähm ja Keine Ahnung was ich jetzt noch zur Begrüßung Sagen sollte Ich mache jetzt wieder mehr Survival Games Auf dem Kanal Weil viele ja ähm Ja wie soll ich sagen Viele wollten Ja mehr PvP auf meinem Kanal Wow 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 ich hab ein Dia Ich hab ein Scheiß Dia Oh 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 ich lebe gefährlich Aber da hinten ich habe schon so ne Special Route sage ich mal die ich immer lang gehe Und äh hoffe dass ihr auch diesmal richtig gut klappt Äh da oben ist eine der Kisten die ich mir am Anfang immer nehme so und da ist ein schwert drin und das ist schon mal super ich könnte mir jetzt schon mal eine wie soll ich sagen eine schaufel machen oh ja 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 es wird immer besser guten steinschwert habe ich schon mal ich werde nicht verfolgt das ist auch sehr positiv ich gehe mal hier rum so ich habe die map jetzt auch schon öfters gespielt verdammt ich bin ich bin nicht falsch gelaufen so ab einer bestimmten zeit öffnet die bank ja was ist die bank das werdet ihr später sehen wenn ich so weit schaffe ich denke mal dass ich so weit schaffe ich hoffe es einfach mal weil ich bis jetzt immer eigentlich guten loot hatte nur fehlt mir wie ihr jetzt gerade seht das essen und das ist scheiße richtig scheiße auch guck mal da immer noch kein essen dann machen wir hier so wieder ein bisschen mehr rüstung und da hinten sehe ich noch eine kiste ich werde nicht angegriffen juhu dann geht man hier noch mal wollte mich verkackern ohne witz leute wo ist das essen in den kisten medals ich brauche essen da ist noch eine kiste sehr gut sehr gut sehr gut so ach amen endlich was zu essen gut ich denke ich bin ziemlich sicher deswegen machen wir das ganze mal so und mampfen was da kommt einer da kommt einer ich tue so als ob ich nur eine kartoffel hätte und dann greifen wir dann greifen wir den mal an scheiße scheiße ich packe hier fest ich packe hier leute habt ihr das gewesen durch nee nein cious was soll das? Fickt euch einfach in den Arsch. Fickt euch? Ja, genau dich meine ich. Warum guckst du das Video noch? Lachst du dich jetzt drüber den Arsch ab? Ey Gott! Was soll das? Ey, ey ne, nein, 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 nein. Fick dich Hive. Hashtag Fick dich Hive bitte in die Kommentare. Boah, wenn ich gerade angepisst bin. Wenn ich gerade übel angepisst bin. Ich weiß nicht. Was soll das jetzt? Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich hatte einen Diamant. Ich hatte ein Steinschwert. Ich hatte endlich Essen. So was. Da. Lutsch mir die Eier. Ohne Witz. Ohne Witz. Ne? 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 Bis zum nächsten Mal, Leute. Das war's. Ich bin leicht angepisst. Aber so richtig. Also ihr versteht, was ich meine. Tschüss. So. So. Mir reicht's. Ich bin frisch motiviert. Und ey, ey. Ohne Witz. Das hat mich jetzt gerade letzte Runde ziemlich angepisst. Also so ziemlich. Äh. Ja. Deswegen. Also bitte ich einfach um Verständnis. Also ich hoffe, ihr versteht mich da, dass ich da so ausgerostet bin. Und. Also ich finde es ja schon scheiße von Hive. Äh. Aber naja. Unser Ziel ist das Loch da. Der. Also das Loch hier blutet gerade so raus. Das ist das Arschloch. Und das blutet aus dem Arschloch. Der Berg. Ne. Wir laufen einmal so. Wieder das Dorf hoch und danach da oben. Da oben ist nämlich unser Ziel. Ähm. Ich mach aber trotzdem noch einen Abstecher in die Mitte. Und. Jo. Mal gucken, was wir diesmal reißen können. Welche Bugs wir diesmal entdecken. Und. Und ob wir diesmal auch so viel Glück haben. Beziehungsweise Pech. Eins. So. Wow. 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 So viel Eisen. So viel Eisen. Wuhu. Ich hab zwei Eisen. Ich hab zwei Eisen. Wow. 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 Okay. 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 Ganz gechillt. Basti. Ganz gechillt. Du hast es alles under control. Under control. So. Wir laufen wieder hier entlang. und looten die Kiste. So. Hose. Essen. Und Hose an. So. So. Die Hose an. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Oder rennt ihr auch ohne Hose rum. Okay. Da ist das nächste. Was ich anziehen kann. So. Und da unten ist noch eine Kiste. Bitte. 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 Ein Schwert. Oder. Ach. Mann. Fiegt euch doch alle. Das ist doch nur scheiße. Ich hatte vorhin ein Steinschwert. Und jetzt nicht mehr. Äh. 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 Das finde ich scheiße. So. Richtig scheiße. Äh. 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 Naja. Gut. Äh. Ich denke. Diesmal kriegen wir was gebacken. Vielleicht hier lang. Äh. Darum. Nein. 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 Sackgasse. Wir müssen ein bisschen schneller agieren. Um ein paar Kisten abgreifen zu können noch. Auf dem Wege hier. Auf dem Wege da. Äh. Äh. Wupp. So. Fackmann. Hier steht auch keine Kiste. Und die Leute sind alle schon auf dem Vormarsch. Das finde ich gar nicht gut. Warum stehen jetzt hier nirgends wo mehr Kisten? Schnell. 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 Einfach weiter. Ich ignoriere es jetzt einfach. Ich brauche Kisten. Und da oben gibt es genug. Oh. Guck mal. Da ist eine Kiste. Oh. 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 So. Äh. Nice. 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 Äh. Scheiße. Oh. Da unten ist einer. Scheiße. Bitte hat er mich nicht im Visier. Bitte. 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 Okay. Dahinten ist eine Kiste. Okay. Bisschen was essen. Okay. Da. Oh. Oh. Nee. Die Kiste. Die lasse ich da jetzt. Weil hier sind ein Batzen Kisten. Okay. 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 Wow. 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 So. Kommt. 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 Das geht noch mehr. Ich will nicht, dass der da jetzt hochkommt. Ja. Amen. Das ist das, was ich wollte. Huh. So. Okay. Und da haben wir noch mehr. Kommt einer von da hinten. Nee. Wow. Mann. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. So Angst. Äh. Da sind Pfeile. Supi. Ich will nach da hinten, ne? Weil dort gibt es was richtig special, besonderes. Nämlich die Bank. Und die öffnet immer nach bestimmten Uhrzeit, sag ich mal. Und jo. Ha. Ich hab wirklich gerade voll schießt. Okay. Guck mal da drin. Jo. Da ist eine Kiste. Das da ist doch was für mich. Was für mich. Was für mich. Für mich. So. Okay. Okay. Da ist keiner. Gut. 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 Äh. Noch mehr Schwerter. Ich bräuchte jetzt vielleicht eventuell einen Stick. Wäre das machbar. Äh. Ich lauer jetzt, bis die Türen da aufgehen. Das mache ich immer. Weil da unten gibt es mega geil Loot. Und schön die Schwerter hier mitnehmen. Um der Konkurrenz, äh, die Waffen, ne? Zu klauen sozusagen. Sag ich mal. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Na, 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 na. Hey. Also vom Loot her und dem ganzen anderen Gedöns. Ach, für richtig gute Sachen. Ich denke, es dauert auch nicht mehr lang, bis die Bank aufgeht. Da will ich auf jeden Fall rein. Und das ist hier. Wir rauben die Bank aus. Aber zuerst müssen wir hier alles sichern. Und eben sicher gehen, dass uns keiner folgt. Da habe ich nämlich am meisten Schiss irgendwie vor. Weil, äh, ich irgendwie Schiss davor habe. Ja, logisch. Noch sechs Leute leben, ey. Das kann ja nicht sein, Mann. Das geht doch nicht. Okay. Bitte öffne dich. Leute, es ist... Alter! Wenn jetzt noch einer stirbt, ist Deathmatch. Und ich kann nicht in die Bank gehen. Ey, nee. Verarscht mich bitte nicht, Leute. Okay, ich denke, es dauert noch ein bisschen. Dann werde ich nach da hinten gehen noch. Und da ein bisschen gucken. Nach Kisti, Kisti und so. Hä? Leute, Leute, Leute. So. Oh, Mann, ey. Nix in den Kistis. Ups. So. Essen. Da ist auch noch einer. Komm, komm, komm. Wenn jetzt noch einer stirbt, dann dreh ich durch, gell. Weil ich will jetzt noch nicht ins Deathmatch. Ich will ein Eisenschwert. Und ich... Oh, Mann. Guckt. Keine Sticks. Wenn du Sticks brauchst, hast du keine Sticks. Jo. Geht doch. Alles klar. Keine Sticks. Fick dich. Ha. Sticks. Sticks. Äh, Leute. In die Bank. In die Mitte. Ich glaube, in der Bank müsste auch nur Workbench sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall zur Bank und dann zur Mitte. Und dann Eisenschwert. JOLO. Weil hier drin ist kein... Ja, ja, ja. Die Bank hat geöffnet. Guckt, guckt, guckt. Guckt es euch an. Wir sind jetzt in der Bank. Und da geht es runter. So, 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 so. Und da unten gibt es Kisten ohne Ende. Achtung, Achtung, Achtung. Wow. So. Äh, nee, nee, nee. Nein. Deathmatch. Fiegt euch. Alter, warum sterben die Leute hier alle so früh? Das ist doch scheiße, Mann. Ja, gut. Äh. Jetzt bin ich geah... Oh, 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 oh. Eisenhelm. Eisenhelm. Eisen, Eisen, Eisenhelm. Lalalala. Hey. So, kommt bitte ein Eisenschwert vielleicht noch irgendwo drin. Ein Diamant. Eine Eisenhose. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Ein bisschen Glück ist doch auf unserer Seite, so wie es aussieht. Alter, ist hier... Was soll das jetzt? Hier, das und das weg. So. 30 Sekunden schaffe ich nicht. Oh. Oh. Hat jemand ein Taschentuch? Sorry, Leute, ich musste niesen. Äh. Wir sind aufgeschmissen, weil, äh, ich nicht in die Mitte gekommen bin. Naja, was soll's. Äh, Julo, einfach mal. Wow. Okay. Ihr seid ja nicht so mega... Wow. Ja, ist klar, ist klar, ihr Mongos. So, komm, komm, komm. Ja, wow, 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 wow. Ja, geht halt auf mich. Geh doch auf die anderen mal. Hallo? Hallo? Ja, gut, ist... Ja, was soll ich machen? Was soll ich anders machen? Äh, ja. Ja. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh mein Gott. Was da los? Der Typ hat das Video zu Ende geschaut. Gross. Hat er auch bewertet und kommentiert? Ich glaub nicht. Ist bestimmt so ein Lappen wie alle anderen. So, aber dann hat der Lappen ja gehört, was er machen soll. Bis zum nächsten Mal. the Ciao. Mal. Du bist ja, ja. Ja, thì ich bin ja. Es geht so ein Lappen. So, ich bin ja. Ich bin ja. Ja, ich bin ja. So, was du denn... Bis zum nächsten Mal.